Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der zweiten Etappe des Neckarsteigs. Staat ist Neckargemünd und Zehl ist Neckarsteinach. Diese Tour hat etwa 10,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Ein Gemäue, jetzt sind wir für die nächsten Tage im Oddenwald unterwegs. Kommo ja. 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 Ist das so schön zart. Das ist ein Kepern. Ja. Auf diesem Wegabschnitt findet ihr jede Menge Filmminger mit wunderschönen Losbezogenen. Zelle 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 2. 1. 2. 3. 7. 11. 12. 13. Musik Zitzen Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ciao! 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 Ciao!